Erna Morena war eine deutsche Filmschauspielerin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin in der Zeit des Stummfilms und der Anfänge des Tonfilms. Leben in einer bürgerlichen Familie geboren, ging Erna Morena mit 17 Jahren nach München, um hier die Kunstgewerbeschule zu besuchen. Später verbrachte sie ein halbes Jahr in Paris, bis sie schließlich am Ende des ersten Jahrzehnts nach Berlin zog und dort als Krankenschwester arbeitete. Vermutlich nahm sie gleichzeitig an der Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin Unterricht, für dessen Ensemble Max Reinhardt sie 1910 als Schauspielerin engagierte. Im folgenden Jahr wirkte sie hier in kleinen Rollen mit. 1912 kam sie zum Film. Ihr Filmdebüt gab sie 1913 in die Sphinx von Eugen Illes für die neu gegründete Filmproduktionsfirma Lita Aria Film von Alfred Duskes, ihr Gehalt dort betrug 500 Mark pro Monat, also circa 2757 Euro. Insgesamt wirkte sie in etwa 120 Filmen mit. Sie arbeitete unter bekannten Regisseuren wie Paul Leni, Richard Oswald, Robert Wiene, Friedrich Wilhelm Murnau und Georg Wilhelm Papst und spielte neben großen Kollegen wie Konrad Veit, Emil Jannings, Reinhold Schünzel und Werner Kraus. Sie war einer der ungewöhnlichsten Stars des deutschen Stummfilms, dunkelhaarig, groß und mit markanten Gesichtszügen hatte sie einen Starrepeal wie später Greta Gabo und wurde in einem Atemzug mit Asta Nielsen und Henny Porten genannt. Dennoch ist ihr Name heute weitgehend vergessen. Murnau versuchte sich auch als Produzentin. 1918 gründete sie in Berlin die Murnau Filmgesellschaft M.B.H., unterstützt von einigen Freunden als Gesellschafter, mit der sie U.A. die Stummfilme Kolomba und die 999.Nacht produzierte. Von 1915 bis 1921 war Erna Murnau mit dem Schriftsteller Wilhelm Herzog verheiratet. Das Paar hatte die gemeinsame Tochter Eva Maria Herzog. Erna Murnau spielte im NS-Propagandafilm Jud Süß die Rolle der Frau des Konsistorialrats. Erna Murnau wurde auf dem Windtierfriedhof in München-Neuhausen neben ihrer Mutter beerdigt. Unweit davon befindet sich auch das Grab ihres Bruders, des Brentano-Forschers Friedrich Fuchs, der mit Ruth Schaumann verheiratet war. Untertitelung des ZDF für funk, 2017